Herr Wichers, das Jahr 2020 ist auch in den Auftragsbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus abgeschlossen. Wie lief der Schluss für die Branche? Es war ein guter Schluss. Wir hatten ein Plus von 7 Prozent im Dezember zum Vorjahr gemessen. Das ist das zweite Plus in Folge. Insgesamt verteilt es sich auch recht gut. Wir haben sowohl im Inland wie im Ausland einen Zuwachs von 7 Prozent. Und wie fällt dann die Bilanz bei den Bestellungen für das Gesamtjahr aus? Insgesamt ist das Jahr 2020 im Minus, im zweistelligen Minus. Wir haben minus 11 Prozent aufs Gesamtjahr gerechnet. Natürlich schlägt hier das katastrophale zweite Quartal zu Buche. Wir konnten das nur teilweise kompensieren durch die Ergebnisse im vierten Quartal. Wie verteilen sich diese Bestellergebnisse auf die einzelnen Fachzweige im Maschinenbau? Wir haben nach wie vor eine große Spreizung zwischen den Fachverbänden, ja teilweise sogar innerhalb der Fachverbände. Positiv schneiden aktuell ab die Kunststoff- und Gummimaschinen mit zweistelligen Zuwachsraten, die Landtechnik, aber zum Beispiel auch ein Komponentenlieferer wie die Fluidtechnik. Negativ muss man bemerken nach wie vor die Automotive-Nahenbereiche, die Werkzeugmaschinen oder die Präzisionswerkzeuge, sowie große Anlagen, hier das Beispiel der Verfahrenstechnik. Corona bestimmt nach wie vor das Wirtschaftsgeschehen. Mit welchen Gefühlen sind die Maschinenanlagenbau dann in das neue Jahr gestartet? Sie sind mit etwas Rückenwind gestartet. Das vierte Quartal lief besser als von vielen erwartet. Einige Schranken sind schlicht und einfach weggefallen. Die positive Stimmung auch in einigen Kundenmärkten, insbesondere China, hat sich positiv niedergeschlagen. Negativ sehen wir natürlich die neuen Lockdowns, die Reisebeschränkungen. Wer nicht zum Kunden fahren kann, kann auch keine komplexen Maschinen verkaufen. Das wäre natürlich auch. Das wäre ein Rückenwind gestartet. Nicht nur das ganze Zeit, wird in die Suche zu reden. Drei, fünfmal, drei, vier, 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 vier. Szenen bis zum Kunden, um sich die Dr. LepANA in die Türbrechung zu verändern. Drei, fünfmal, zwei, vier, vier. Drei, vier, 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 vier. Vielen Dank.